Herzlich willkommen auf dem Reiterhof Gründeich. Du liebst lange Spaziergänge oder Radtouren an frischer Seeluft? Oder du willst einfach die Ruhe direkt an der Nordseeküste genießen? Hier bei uns in Gründeich findest du Erholung von der Hektik des Alltags. In einer unserer gemütlichen Ferienwohnungen mit Platz für bis zu sechs Personen machst du Urlaub direkt am Meer. Die Wohnungen sind modern eingerichtet und bieten alles für einen entspannten Urlaub. Auf unserem Reiterhof bieten wir qualifizierten Reitunterricht für Kinder und Erwachsene an. Auf dem Reitplatz oder ganz wetterunabhängig in der eigenen Reithalle. Du bringst dein eigenes Pferd mit oder deinen Hund? Auch das ist beides problemlos möglich. Sprich uns an, wir freuen uns auf dich. Ich bin 100%. Ich bin 100% john- Java eher auf dem Reitenhof. Wir wollen uns schon mal. Wir wollen uns strawberry anfangen, damit hemos declenkt. Don Rietwie passt jetzt ein reiterer mal den Kopf ist. Der Kopf ist vorbei.